Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2375 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Lange Spaziergänge im Wald halten uns auch im Alter fit. Wir sind täglich unterwegs. Lange Spaziergänge im Wald halten uns auch im Alter fit. Wir sind täglich unterwegs. Lange Spaziergänge im Wald halten uns auch im Alter fit. Wir sind täglich unterwegs. Ich sitze auf dem Boden, um mit meiner Tochter ein Kinderbuch anzuschauen. Ich sitze auf dem Boden, um mit meiner Tochter ein Kinderbuch anzuschauen. Am Ende hat unser Team nach einem spannenden Spiel doch noch gewonnen. Am Ende hat unser Team nach einem spannenden Spiel doch noch gewonnen. In der Bibliothek habe ich alle Bücher für meine Arbeit griffbereit. Angela sollte mir sieben Bücher aus der Bibliothek bringen, aber sie kann sie nicht finden. Das Kaminfeuer wärmt den Raum. Das Kaminfeuer wärmt den Raum. Das Kaminfeuer wärmt den Raum. Haben wir noch genug Brennholz? In unserer Firma sind alle Türen gesichert. Man braucht eine Zugangskarte. In unserer Firma sind alle Türen gesichert. Man braucht eine Zugangskarte. In unserer Firma sind alle Türen gesichert. Man braucht eine Zugangskarte. In meiner Praxis führen wir Nasenkorrekturen und Facelifts durch. In meiner Praxis führen wir Nasenkorrekturen und Facelifts durch. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Unser Besprechungsraum ist zwar modern ausgestattet, aber von allen Seiten einsehbar. Unser Besprechungsraum ist zwar modern ausgestattet, aber von allen Seiten einsehbar. Unser Besprechungsraum ist zwar modern ausgestattet, aber von allen Seiten einsehbar. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe bereits einige Ideen zu diesem Thema gesammelt. Fällt euch noch etwas ein? Überlegen wir gemeinsam, dann finden wir auch für dieses Problem eine Lösung. Überlegen wir gemeinsam, dann finden wir auch für dieses Problem eine Lösung. Überlegen wir gemeinsam, dann finden wir auch für dieses Problem eine Lösung. Kannst du auf meine Katze aufpassen, während ich in Urlaub bin? Kannst du auf meine Katze aufpassen, während ich in Urlaub bin? Hast du Lust zu mir zu kommen? Ich habe heute früher Feierabend. Hast du Lust zu mir zu kommen? Ich habe heute früher Feierabend. Mithilfe dieser Wagen können unsere Kunden ihre Einkäufe selbstständig wiegen. Hast du die Hängematte im Laden oder im Versandhandel gekauft? Hast du die Hängematte im Laden oder im Versandhandel gekauft? Hast du die Hängematte im Laden oder im Versandhandel gekauft? wheata Der Weg war zu weit für mich. Am Ende war ich völlig erschöpft und hatte Blasen an den Füßen. Der Weg war zu weit für mich. Am Ende war ich völlig erschöpft und hatte Blasen an den Füßen. Die Stiefel und den Regenschirm brauchst du heute nicht. Es ist trocken. Die Stiefel und den Regenschirm brauchst du heute nicht. Es ist trocken. Die besten Ergebnisse erzielen wir, wenn wir im Team arbeiten. Du hast deine Miete seit drei Monaten nicht bezahlt. Warum sollte ich dich länger hier wohnen lassen? Du hast deine Miete seit drei Monaten nicht bezahlt. Warum sollte ich dich länger hier wohnen lassen? Deine Ideen zur Lösung der Aufgabe sind gut. Wir können sie noch etwas ausarbeiten. Deine Ideen zur Lösung der Aufgabe sind gut. Wir können sie noch etwas ausarbeiten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.